Hallo Freunde der Virtual Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Newsflash. Ganz kurze Info, ganz aktuell, so wie ich es jetzt auffasse. Also es gab ja die schöne Pico Leak Roadmap. Die können wir leider vergessen, so wie es aktuell aussieht. Es wird keine Pico 5 geben, erstmal nicht. Und das sind echt traurige Neuigkeiten, muss ich ganz klar sagen. Schlecht für alle VR-User da draußen, egal ob ich jetzt Quest-Fan bin, Pico-Fan oder einfach nur VR-Fan wie ich. Also ich mag die Pico, ich habe auch echt große Stücke auf den Nachfolger gehalten. Für mich war das erstmal so ein Testlauf. Und um zu schauen, wie etablieren die sich am Markt, haben eine coole Standalone-Brille rausgebracht. Und ja, ich hätte jetzt von der Pico 5 viel, viel mehr erwartet und dass die dann wirklich mit der Quest 3 auch konkurrieren kann. Ja, da können wir uns leider scheinbar davon verabschieden, denn es gibt Berichte, da verweise ich jetzt einfach mal auf Upload VR-Link unten in der Beschreibung. Und zwar steht hier, Pico 5 wurde berichten zufolge abgesagt. Also scheinbar, ich gehe mal ein bisschen nach oben, fokussiert ByteDance sich jetzt, also ByteDance ist der Besitzer ja von Pico, auf einen Konkurrenten von Apple Vision Pro. Und ja, ob das jetzt das richtige Feld ist, um ein Konkurrenzprodukt auf den Markt zu bringen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie gut die Apple Vision Pro wird oder was für einen Markt man da erschließen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall für uns VR-Fans ist es echt übelst, muss ich ganz klar sagen, sendet auch ein komplett falsches Signal an alle Leute da draußen, die sich jetzt überlegt haben, okay, Pico, vielleicht kaufe ich mir eine Pico, wenn ja bald die Pico 5 kommt. Warum sollte man da jetzt noch großartig in den Store investieren? Darauf wird jetzt auch noch eingegangen. Und ja, ich weiß gar nicht, warum hier steht Werbeblocker deaktivieren. Ich habe keinen Werbeblocker drin, nur mal dort zur Info. Da bin ich eigentlich auch kein Freund von, weil ich verdiene ja auch mein kleines Geld, sage ich mal, mit YouTube-Werbung. Von daher mag ich sowas gar nicht. Ich habe auch schon ein paar Mal neu gestartet und so, aber irgendwie wird hier ein Werbeblocker identifiziert. Keine Ahnung, ob mein Antiviren-Scanner da was macht, keine Ahnung. Na gut. Also, es wird aber geplant, dass eine aktualisierte Pico 4 herauskommen soll. Da wird jetzt darauf verwiesen, dass eventuell da eh schon Pläne zu gab, so eine, ja, sage ich mal, so eine Quest 3 Lite-Antwort zu geben, also eine Pico 4 Lite, keine Ahnung, oder Pico 5 Lite, wer weiß, wie das Ding dann auch heißen sollte. Auf jeden Fall, also aufgrund, da bin ich ganz ehrlich, aufgrund dieser Neuigkeiten, warum sollte ich als User mich jetzt entscheiden, eine Pico 5 Lite zu kaufen oder was auch immer. Und wenn die Pico Exterminator heißt, keine Ahnung, warum sollte ich mir ein neues Gerät kaufen? Macht für mich keinen Sinn und ich kann aktuell auch nicht wirklich sagen, dass ich dann jetzt jemandem mit guten Herzens empfehlen kann, kauft euch eine Pico 4. Ganz ehrlich, klar, der Store soll weiterleben, das wird hier auch nochmal betont. Die haben eine Umstrukturierung, alles gut, kann ich nachvollziehen, dass auch Leute entlassen werden. Auch ist mega traurig, finde ich echt sehr, sehr traurig. Ich habe ja auch in Berlin einige Leute kennengelernt und ich weiß gar nicht, wen es jetzt da alles getroffen hat und das finde ich echt mega, mega schade und übel. Waren echt tolle Leute dabei. Und ja, Leute, die wirklich an Pico geglaubt haben, an das Ganze, was da aufgebaut werden soll und das auch gelebt haben und ja, das wurde jetzt quasi mit Füßen getreten. Echt schade, sehr, sehr schade und hier wird auch nochmal drauf eingegangen. 400 sollten entlassen oder sind entlassen worden und 600 sind versetzt worden. Also es gab eine Umstrukturierung. Wahrscheinlich jetzt durch das neue Ziel, Apple Vision Pro Konkurrent zu sein, da die Entwicklung hinzulegen und ja, echt, echt schade. Und ja, ich meine, wir sehen aktuell ja auch darunter im Store, da kommen immer noch neue Sachen rein. Arizona Sunshine 2 habe ich jetzt auch getestet. Lief echt gut für die Pico 4, muss ich sagen. VR Chat, YouTube VR und alles Weitere kommt aktuell auch noch in den Store. Aber wenn ich als User jetzt merke, okay, da kommt kein neues Headset raus, warum sollte ich dann auch in den Store weiter investieren? Ich investiere nur in den Store, wenn ich weiß, okay, in zwei, drei Jahren kommt da auch mal eine komplett überarbeitete VR-Brille raus, wo ich Spiele in besserer Auflösung spielen kann, mit mehr FPS, mehr Field of View und sonst was. Und wenn das nicht gegeben ist, kann ich so ein Gerät nicht kaufen. Tut mir leid, sorry. Also da bin ich dann auch raus und ja, ich finde es mega schade. Aber gut, müssen wir jetzt mit leben, wir müssen mit umgehen und das heißt für uns, wir haben aktuell keinen großartigen Standalone-Konkurrenten mehr von Meta. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, was da in naher Zukunft noch passieren wird. Ob die sich irgendwann noch mal entscheiden, wenn die merken, okay, der Markt ist jetzt größer geworden, okay, wir haben das Know-how, wir arbeiten auch im Hintergrund ein bisschen noch weiter daran, dass die eventuell noch was rausbringen. Aber sorry. Also wenn ich jetzt gefragt werde, welche VR-Brille soll ich kaufen, kann es nicht Pico heißen. Tut mir leid. Tut mir, tut mir leid. Ich habe da auch lange, lange daran geglaubt, an dieses Projekt und an, dass wir einen starken Meta-Konkurrenten haben, weil wir brauchen einfach Konkurrenz alleine auch, um Preise niedrig zu halten. Weil wenn kein Konkurrent da ist, kann auch jeder seine Preise machen. Also wenn ich ein Monopol aufgebaut habe, wie dann Meta, dann kann ich die Preise bestimmen, wie ich will. Und ja, das ist halt schade. Müssen wir jetzt erstmal mit leben, mit dieser Nachricht. Aber schon sehr, sehr krass, dass hier die Belegschiff von 60 Prozent reduziert wurde. Aber ich habe ja auch schon im Vorhinein gesagt, da gab es auch noch mal ein Video zu diesen ganzen Gerüchten und so weiter, dass Meta auch super, super viele Leute entlassen hat. Also das macht jetzt nicht nur Pico oder ByteDance, sondern das macht auch die heilige Meta, kann man so sagen. Also was können wir jetzt daraus schließen? Also der Store wird weiter gefüttert, der soll auch weiter mit guten Spielen gefüttert werden. Aktuell sieht es dann so aus, dass wir keinen Nachfolger bekommen, außer eine überarbeitete Pico 4, wie auch immer die aussehen wird. Es gibt keine technischen Daten dazu. Und ja, es gab ja auch den Beat Saber Konkurrent, den habe ich ja auch vorgestellt. Der ist jetzt irgendwie abgegeben worden. Die Entwicklung sei an ein anderes Team abgegeben worden sein, was auch immer das heißt, an einen unbekannten neuen Partner. Muss man abwarten, muss man abwarten. Hätte echt was werden können. Ich fand das gar nicht so verkehrt mit den Motion Trackern, die man sich unter die Knie montiert hat und dann auch gleichzeitig ein bisschen tanzen musste, auch mit Schwertern hantieren musste. Also es war eigentlich cool. Hätte echt was Großes werden können. Ich kann nicht nachvollziehen, warum eine Firma so schnell aufgibt. Wenn ich den Markt analysiere, dann weiß ich eigentlich, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe, kann ich nicht innerhalb von zwei Jahren Marktführer sein. Und ja, scheinbar sind die Pico 4 Verkäufe so extrem niedrig, dass sich das überhaupt nicht gelohnt hat, da weiterzumachen oder die überhaupt nicht mehr an VR geglaubt haben. Muss man jetzt einfach mit leben. Ich finde es mega schade. Könnt ihr auch gerne eure Meinung mal unter die Kommentare reinhauen, was er dazu sagt. Wie gesagt, ich habe lange daran geglaubt. Ich habe mein Glauben dran gehalten und festgehalten, sage ich mal, an Pico, weil ich halt nicht wollte, dass nur noch ein Monopol besteht von Meta. Ja, jetzt sieht es so aus, dass wir nur noch ein Monopol haben. Ich werde sie trotzdem weiter nutzen. Ich mag das Headset. Die hat Vor- und Nachteile, bin ich auch ganz ehrlich. Seht ihr auch in meinem Review, dass die Vor- und Nachteile hat. Also es ist nicht alles pures Gold, sage ich einfach mal. Ist aber auch bei der Quest 3 nicht alles pures Gold. Das mal nebenbei mal gesagt. Mein Review steht noch aus, wird aber noch kommen. Schaffe ich aber nicht mehr vor Weihnachten. Ich bin jetzt bald in Urlaub bis nach Weihnachten. Komm dann wieder. Vielleicht schaffe ich das dann zwischen den Tagen, zwischen nach Weihnachten und Silvester, dass ich da vielleicht mal ein Review mache. Ich habe auf jeden Fall gut genug getestet, dass ich mir ein Review erlauben kann. Nicht wie andere Leute, die vielleicht eine Stunde mal kurz testen und sagen, jetzt habe ich ein Review raus. Man muss immer mal wieder Spielzeit auch haben, um mal wirklich die Pros und Kontras mal auszuloten. Und das habe ich meiner Meinung nach auch schon getan. Und ja, das nur mal so am Rande. Ja, die WA-Welt kann jetzt ein kleines weinendes Auge haben. Aber natürlich geht es weiter. Und ja, mit Meta haben wir natürlich einen guten VR-Partner, sage ich einfach mal. Aber ich hoffe, in nächster Zeit kommt auch noch was mit richtigen PC-VR-Brillen. Das darf eigentlich auch nicht fehlen. Mit einer wirklichen Leitung zum Display, zum PC und nicht über komprimiertes Videosignal. Und ja, sowas darf eigentlich auch nicht fehlen so nebenbei. Also ich mag Standalone-Geräte. Aber wenn ich PC-VR genießen möchte, wäre das schon geil, wenn das wirklich auch mit Kabel ist und ein richtiges Videosignal bietet. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Newsflash hier gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und wie gesagt, gerne eure Kommentare zu dem ganzen Thema. Können wir gerne darüber diskutieren. Oder kommt einfach in unsere Facebook-Gruppe WeAreWorldGermany. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Ich habe auch noch einen Discord, der aber auch relativ, ja, still ist. Aber wenn da Leute schreiben, schreibe ich auch immer. Also wie gesagt, da könnt ihr gerne joinen. Würde ich mich freuen. Ja, Leute, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.